Ich krieg die Krise und... Wie ist das? Mein Handy klingelt. Ich habe meine Handynummer einfach mal als Namen in StumbleGuys benutzt und werde schauen, ob wir heute Anrufe bekommen in diesem Video. Ich bin sehr gespannt. Lasst, wie man fändt, ein Like da, lasst ein Abo da. Und diese Handynummer, Leute, funktioniert tatsächlich, denn ihr werdet sie wahrscheinlich kennen von meinen Among Us-Videos. Da hab ich damals auch diese Handynummer benutzt, um mit euch sogar live im Stream zu reden. Also diese Nummer stimmt 100%. Ich kann leider nicht mehr Buchstaben dahinter schreiben, denn die Handynummer hat tatsächlich 12 Zeichen und mehr als 12 Zeichen kann ich nicht in StumbleGuys benutzen. Ihr seht, sobald ich hier Mobile oder sowas hinschreibe dahinter, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, viele werden vielleicht nicht checken, dass das hier wirklich meine Nummer ist. Aber trotzdem, wir probieren es aus. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Lasst, wie man fändt, ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Verrückten in der Runde, der sich denkt, ey, das sieht doch aus wie eine Handynummer. Da rufe ich mal an. Ich bin echt gespannt. Leute, nur kurz zur Info. Macht das selbst nicht nach. Also schreibt nicht eure Handynummer oder sowas ingame rein, denn es kann dann auch passieren, dass euch irgendwelche Leute anrufen. Und ja, wahrscheinlich wollen das die wenigsten von euch. Beziehungsweise fangt auch gar nicht erst an, damit irgendwelche Nummern anzurufen, die ihr in StumbleGuys seht. Denn das können natürlich auch irgendwelche Betrüger sein, die euch, ähm, ja, irgendwas Schlechtes wollen. Aber so ist es, Leute. Ich versuche das Ganze aus als Experiment. Ähm, ja. Und wir schauen mal, ob das Ganze vielleicht sogar klappt. Kann ja sein, dass hier irgendjemand anrufen wird. Und das ist tatsächlich sogar meine allererste Runde, nachdem ich jetzt aus dem Urlaub wieder zurück bin. Ich war ja eine Woche weg und bin jetzt auch wieder zurück. Ähm, ja. Und wir sind sofort als allererster ins Ziel angekommen. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Also ich habe hier sogar mein Handy gerade neben mir liegen. Also falls hier einer anruft, dann sehe ich das auf jeden Fall sofort. Bislang ist mein Display allerdings noch die ganze Zeit schwarz. Keiner ruft an. Und hier sehen wir mich. Da sehen wir meine Handynummer. Aber man könnte es ahnen, dass es eine Handynummer ist. Ich glaube allerdings, ja, eher so, wenn die Leute aus Deutschland sind. Ähm, aber gut. Schauen wir nach. Stumble ist doch kein nächstes Spiel. Schade, dass es hier auch kein Ingame-Chat gibt bei StumbleGuys. Denn dann könnte ich nochmal schreiben, ey, yo, Leute, das ist meine Handynummer. Ruf doch gerne mal an. So nach dem Motto. Aber leider gibt es diesen Chat hier bei StumbleGuys nicht. Das war damals bei Among Us nämlich möglich, mit anderen Leuten zu schreiben. Und, äh, das hat das Ganze natürlich ein bisschen einfacher gemacht, die Leute nochmal darauf heiß zu machen, dass die wirklich anrufen sollen. Da gibt mir einfach einen Daumen bis zu nehmen. So, und schaffe ich es vielleicht hier sogar noch ein Tor zu schießen. Das wäre natürlich, das wäre der Oberhammer, Leute. Das wäre der Oberhammer. Aber, sieht gerade irgendwie so aus, als würden die wirklich darum schwitzen, bloß nicht den Ball hier reinzulassen. Also, die sind wirklich sehr, sehr hartnäckig, ne. Kann man hier wirklich sehen. Gar nicht gut aus, Leute. Es ist 1 zu 0 für sie. 1 zu 0 für die Gegner. Oh mein Gott, Leute. Wir müssen jetzt Gas geben. Sonst wird das hier auf jeden Fall der Lose für uns. Jetzt komm, rein damit. Rein da. Ja. Ball nach oben. Ball, ja. Jetzt zwei Bälle auf unserer Seite. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Das kann nicht wahr sein, Leute. Die Gegner sind auf jeden Fall mit Leib und Seele dabei und wollen hier verhindern, dass der Ball reingeht. Komm. Das ist die richtige Richtung. Das ist... Hier stimmt gerade alles. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Rein da. Rein da. Nein. 2 zu 0 für die Gegner, Leute. Ich werde verrückt, Leute. Ich werde verrückt. Hier ist, glaube ich, nichts zu machen. Wobei, ein Tor haben wir geschossen. Schaffen wir noch eins. Nein. 3 zu 1. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Das kannst du ja echt in die Tonne kloppen, Stumblezocker. Aber wir sehen, meine Handynummer hier fällt gerade runter. Ja, bislang, wie gesagt, kein Anruf. Aber es bleibt immer noch spannend. Vielleicht sollten wir unseren Spezialskin mal verändern. Denn wir müssen natürlich auch irgendwie auffallen. Ach, ich bin sogar auf dem zweiten Account hier drin. Oh mein Gott. Nee, bin ich nicht. Lol. Okay. Hab mich gerade vertan. Ich wechsle mal den Spezialskin. Vielleicht fallen wir mit der Flamme auf dem Kopf nochmal ein bisschen mehr auf. Wir werden es sehen. Vielleicht im Finale, Leute. Ey, es wäre so nice, Leute. Ich wünsche mir das auf jeden Fall vom ganzen Herzen, dass mich hier einer anruft. Ähm, ja. Die Nummer wird wahrscheinlich nach diesem Video wieder unbrauchbar sein. Deswegen nicht wundern, wenn das Handy danach aus ist. Ich werde es wahrscheinlich ausmachen, das Handy, weil die Nummer habe ich in einem anderen Handy drin. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt an jeden Anruf rangehen kann. Denn das wird auf jeden Fall nicht möglich sein. So, und hier. Beide sind runtergeflogen. Beste Leben. Hier können wir natürlich wieder komplett durchrushen, Freunde. Hier ist das Ganze natürlich wieder möglich. Und jetzt können wir eigentlich diese Plattform hier nehmen. Oh ja, das sieht gut aus. Let's go, Leute. Ab ins Ziel. So, was macht der jetzt hier? Der geht außen herum. Komm, dann gehen wir auch mal außen herum. Warum? Weil eigentlich, ich stelle mich hier nochmal an die Ziellinie. Vielleicht falle ich ja hier irgendwie auf, dass ich meine Handynummer habe als Namen, ne? Aber irgendwie werde ich nicht so ganz beachtet, muss man sagen, ne? Die rennen lieber vorbei. Äh, ja, keine Reaktion hier. So viel Zeit kann ich mir auch nicht mehr lassen. Am Ende, ja, komme ich vielleicht gar nicht mehr ans Ziel, wenn ich mir jetzt hier zu viel Zeit lasse. Will mich jetzt hier nicht irgendjemand anrufen. Will mich... Okay, der macht auch H-H. Ha, ha, ha. Ja, komm, ruft mich doch einer an. Bitte. Okay, Leute. 11 von 16. Ich gehe, glaube ich, mal lieber durch die Ziellinie. Schade, schade. Bislang, wie gesagt, ich gucke hier nochmal auf mein Handy. Aber da ist leider kein Anruf am Start, Freunde. Und hier oben rechts sehen wir mich nochmal mit dem Spezial-Skin Inferno Dragon. Und der Handy nochmal stehen. Der Blick auf den Display ist allerdings immer noch mager. Mann, ey, es wäre so cool, Leute. Ich wünsche es mir wirklich so sehr. Ich wünsche es mir wirklich so sehr. Aber es ist halt auch echt unwahrscheinlich, weil man halt die Leute nicht darauf hinweisen kann, dass diese Zahlen, die ich da geschrieben habe, meine Handynummer sein könnte. Das könnten ja auch irgendwelche komischen Zahlen sein, die ich einfach willkürlich benutzt habe. Das ist leider das Problem. Wenn ich dahinter noch irgendwie Mobile Number oder sowas hinschreiben könnte, dann wäre das natürlich perfekt. Geht allerdings leider nicht. Lol, was ist das denn für ein Weg? Lol! Oh mein Gott. Ich dachte einfach, das wird so eine gerade Linie. Das wäre ja zu wild gewesen. Oh mein Gott. Und der Typ hier, lol, kann ich mir mal ganz kurz hier weghauen? Oh, lol, lol, lol. Nice. Jetzt brauchen wir nicht mehr viel. Wir brauchen nicht mehr viel. Oh Gott, oh Gott. Da hatte ich Glück, dass es genau die richtige Plattform war. Und irgendwie habe ich ein bisschen hohen Ping gerade. Aber halb so wild. Wir sind in der Ziellinie angekommen. Das heißt, wir sind im Finale. Und jetzt schauen wir mal nach, ob uns vielleicht hier einer anruft. Bitte, ruf uns doch an. Wir wollen nur einen Anruf. Let's go. Wir spielen einfach mal Honeydrop. Und wenn mich jetzt hier in der Runde einfach mal einer anrufen würde, ich würde auf jeden Fall gar nicht mehr klarkommen, Leute. Denn Honeydrop und Telefonieren, das ist, glaube ich, jetzt hier nicht die allerbeste Kombination. Und was macht der denn hier? Junge, was war das denn? Was war das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Der Typ, der rusht hier einfach auf alle Plattformen durch. Ich kriege die Krise. Und? Wie ist das? Mein Handy klingelt. Mein Handy klingelt. Aber, Leute, das war nur ein kleiner Prank. Mich hat keiner angerufen. Ich wollte mal gucken, ob ihr das glaubt. Aber, ja, leider bislang immer noch, wie gesagt, kein Anruf. Also, ich habe den Ton selbst abgespielt. Nicht, dass ihr denkt, mich hat einer angerufen. Leider ist das bislang nicht der Fall. Aber es kann natürlich noch passieren, Leute. Es kann natürlich alles hier noch passieren. Oh Gott, oh Gott, ich bin... Oh nein, ich bin einfach... Oh nein, wie lost war das denn? Ich bin irgendwie hängen geblieben. Ganz, ganz doofe Angelegenheit. Ganz, ganz doofe Angelegenheit. Aber schade, Leute. Das heißt, ich habe 100 Gems ausgegeben dafür, dass nichts passiert ist. Gut, kann man mal machen. Experiment, würde ich sagen. Ja, fehlgeschlagen. Keiner hat angerufen. Ich habe es aber auch nicht anders erwartet. Lasst doch gerne da für ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da für das Experiment. Würde mich freuen. Bis dann und ciao.